Hallo Leute, hier haben wir einen Vielseitigkeitssattel von Zaldi und zwar ist das der Royal Deluxe. Die Kundin hat ihn so mit diesen Farben ausgewählt, mit verschiedenen Tostado und sie wollte gerne die Pauschen in Wildleder, in ganz hellem Braun. Dieser Sattel ist gemacht aus 4 mm dicken Groupon Leder, das kriegt ihr also nicht kaputt. Das ist eine Größe 17,5 mm, ihr seht hier drei kurze Kurzstrippen und was wir hier auch gesucht haben für dieses Pferd, ist wieder dieser Einschnitt hier, der anatomische Kissen für die Schulterfreiheit des Pferdes. Dieses ist ein sehr breites Pferd und deshalb braucht es ein Kopfeisen in U-Form, wie ihr seht, es ist also sehr breit hier und auch die Distanz zwischen den Kissen ist sehr breit. Nach den Ickis-Maßen gemacht, die wir von dem Pferd genommen haben, das ist ein super Sattel, zu einem tollen Preis und in 20 Tagen hergestellt, die mir kommt, die bei Bienestar-Caballo.